Hey Freunde, ich bin gerade hier am Bach fliegenfischen. Ich versuche gerade den Urweg zu finden. Ich war leider eine schöne Forelle ausgestiegen. Einen Eitel, also einen Döbel und eine kleinere Forelle gelandet. Ich werde euch auch noch reinschneiden, wie ich letztens eine 47er Forelle gefangen habe auf einem kleinen Streamer. Aber heute wird irgendwie wild trocken fliegen, sonst wollen sie heute nichts. Also passen wir zum Fischen natürlich an. Mal schauen, was der Tag noch bringt. Im Ticker bis 12 da, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich habe noch eine gefunden. Und mal schauen, was sich noch so fangen lässt. Go! Boah! 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 Ja. Vielen Dank. 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 Nein, 10 Minuten gerade. 20 Minuten vielleicht. 1 Minuten, 10 Minuten. 1 Minuten, 10 Minuten. 1 Minuten, 10 Minuten. 1 Minuten, 10 Minuten. 1 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. 1 Minuten, 10 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 Minuten. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.